Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tom Lützner und in diesem Video zeige ich Ihnen den Einstieg und die ersten Schritte im Warenwirtschaftssystem. Nach dem Intro geht's los. In diesem Video zeigen wir Ihnen die einfache Neuanlage von Kundendaten. Hierbei geht es nicht darum, alle Möglichkeiten aufzuzeigen, sondern lediglich die für den Anfang wichtigsten Punkte herauszustellen. Dazu steigen wir in der senkrechten Menüleiste über den Bereich Kunden ein. Sind bereits Kunden angelegt worden, werden diese hier direkt angezeigt. Soll nun ein Neukunde angelegt werden, wählen wir den Button Neu und gelangen darüber in die Kundenerfassungsmaske. Hier beginnen wir direkt mit der Auswahl der Anrede über diesem Pfeil. Die Felder darüber, wie Kundennummer und Suchname, werden vom Programm automatisch gepflegt. Hier ist keine Eingabe notwendig. So können wir also nach Auswahl der Anrede direkt an dieser Stelle den Namen des Kunden eintragen. Das Zusatzfeld darunter könnte man zum Beispiel bei Firmenkunden verwenden, um da eventuell Namenszusätze einzutragen. Ist das nicht notwendig, wechseln wir direkt ins nächste Feld und tragen hier die Straße als auch die Hausnummer des Kunden ein. Bei inländischen Kunden ist die Eingabe eines Länderkennzeichens an dieser Stelle nicht notwendig. Da wechseln wir einfach direkt in das Feld Postleitzahl, tragen diese ein und das Programm versucht den Ort zu identifizieren. Dabei kann es zu einer solchen Meldung kommen, nämlich immer dann, wenn zu dieser Postleitzahl mehrere Gemeinden oder Orte gehören. In diesem Fall wählen wir den entsprechenden Teilort aus und bestätigen die Eingabe mit OK. Daraufhin wird dieser hier eingetragen und nachträglich auch das Länderkennzeichen hinterlegt. Im Bereich der Kontaktdaten darunter empfiehlt es sich natürlich, so viel wie möglich einzutragen. Deshalb bieten wir an dieser Stelle auch drei Felder, um Telefonnummern zu erfassen oder auch zum Beispiel die E-Mail-Adresse des Kunden einzutragen. Eine Auswahl beim Punkt Serienbrief ist nicht notwendig, sofern wir die Anrede oben über den Pfeil ausgewählt hatten. Bei den beiden Funktionen darunter handelt es sich um das Zuordnen von individuellen Ersatzteilrabatten bzw. kundenspezifischen Stundenverrechnungssätzen. Diese Themen werden Gegenstand eines anderen Videos sein. Wie eingangs angesprochen, wählen wir aus der Vielzahl der Möglichkeiten, um Kundendaten zu erfassen, hier nur die vier wichtigsten aus. Dazu gehört in der waagerechten Menüleiste der Karteireiter Konditionen. Hier haben wir die Möglichkeit, dem Kunden eine vorher angelegte, individuelle Zahlungsbedingung zuzuordnen. Dazu wählen wir das schraffierte Feld an dieser Stelle, bestimmen die entsprechende Zahlungsbedingung und speichern die Eingabe mit OK. Wie diese Zahlungsbedingungen angelegt werden, verlinken wir am Ende des Videos. Als nächstes wechseln wir in den Karteireiter Extra RKÜ und darunter zum Punkt Extra Datenfelder. Hier tragen wir bitte bei allen Firmenkunden entweder deren Steuer-ID oder deren Umsatzsteuer-ID-Nummer ein. Mindestens genauso wichtig ist ebenfalls hier im Bereich Extra RKÜ der Punkt Datenschutz-Grundverordnung DSGVO. Nachdem wir den Kunden entsprechend abgefragt haben, definieren wir hier seine Antworten zu den verschiedenen Kontaktmöglichkeiten. Ganz besonders wichtig an dieser Stelle ist dessen Zustimmung zur Weitergabe von Fahrzeugdaten an Dritte. Anschließend drucken wir nun die ausgefüllte Datenschutzerklärung aus und legen sie dem Kunden zur Unterschrift vor. Außer bei der Druckoption Vorschau werden nun automatisch das Druckdatum und auch der entsprechende Bestätigungshaken gesetzt. Sollte eines von beidem fehlen, werden wir, immer wenn wir den Kunden in Bearbeitung haben, vom Programm einen Hinweis bekommen, dass die Datenschutzerklärung noch fehlt. Als letztes, und vielleicht auch nicht bei jedem Kunden wichtig, hier der Karteireiter Dokumente. Eine Art digitale Kundenakte, um eventuell eine Ausweis- bzw. Führerscheinkopie oder auch eine unterschriebene Abtretungserklärung zu hinterlegen. So können an dieser Stelle bereits digitalisierte Dokumente hinzugefügt werden oder über den Button hier neue Dokumente aktuell eingescannt werden. Damit haben wir die wichtigsten Daten zu unserem Kunden erfasst und können die Eingabe mit dem Klick auf Beenden speichern. Sollte jedoch auch gleich das Fahrzeug des Kunden erfasst werden, würden wir nun in den Karteireiter Fahrzeuge wechseln und dort die Option Fahrzeug neu anlegen verwenden. Die weitere Vorgehensweise dazu finden wir im Video zur Fahrzeuganlage. Die Kundenanlagemaske schließen wir gewohnt mit dem Klick auf Beenden und bestätigen mit Speichern Ja. Wir freuen uns, wenn Sie unseren YouTube-Kanal abonnieren. So erhalten Sie stets aktuelle Tipps und Tricks. Neben diesen kurzen Erklärvideos gibt es auch ausführliche Online-Schulungen. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Videobeschreibung. Vielen Dank. Vielen Dank.